Berti der Töpfer Berti war der beste Honigtopftöpfer im ganzen Wald. Alle Bären bestellten bei ihm einen Honigtopf. Je größer, desto besser. Denn sie wollten möglichst viel Honig darin sammeln. Eines Tages hatte Berti einen ungewöhnlichen Kunden. Marie Maus wollte, dass Berti für sie einen großen Topf töpferte, in dem sie Käse aufbewahren konnte. Als Maries Topf fertig war, sah er neben den anderen Honigtöpfen ziemlich klein aus. Aber Marie war sehr zufrieden. Da sie selbst so winzig klein war, kam er ihr riesengroß vor.